Joshua, wo bist du? Ach da. Wo? Oder bist du das? Wo denn? Ja, du mit der hier mit dem... mit dem kleinen Schlägel zwischen den Händen. Alter! Vor dir ist ein Gegner! Ja? Ey, pass auf! Trifft er mich einfach fast? Dann hätte ich auch aus Versehen geschossen. Aber da hätte ich mich auch wirklich nicht entschuldigt. Hier liegt immer noch eine 6er-Slot-Hose. Ja. Hier liegt noch eine grüne Jacke. Oh, hier liegt ein Medipack. Nagelneu. Ja, ich pack's mal direkt ein. Ja. Das ist einfach viel besser. Ja. Pack es bloß nicht an. Wenn du's anpackst, dann wirst du gemediert. Warte ich schon hinten im Haus drin. Diese Mediac, Mediac. Ja, der war ich noch nicht. Ich hab jetzt alle Lagerhallen durch. Ich geh jetzt gerade in das Haus rein. Hier hinten liegt... Jascha, hier hinten liegt eine Axt drin. Hier, hier links, 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 links. Wo? Dann krieg ich auch eine. Eine Axt? Du hast doch eine Axt. Nee, ich hab ja gar nichts. Ich hab nur die Knarre mit keiner Munition drin. Ach so. Ja, hier hast du einen Baseballschläger. Jascha, hier liegt noch Muni. Im Regal liegt Muni für dich. Jascha, du kleiner Kugelz. Kann ich die nicht. Jascha, soll dich erschießen? Nimm diese Scheiß-Muni. Nimm diese Scheiß-Muni. Ja, ich hab doch gesagt, die kann einer von euch haben, der nur eine Plastikflasche hat. Die liegt, die soll ja eher für dich, ne? Ich hab auch noch eine Plastikflasche. Ja, dann nimm du die Jascha. Masse, die liegt nur eine Mosin. Aber wir haben keine Muni für die Mosin. Ich behalte meine SRS. Warte, ich hab genug Platz, um die noch mitzunehmen. Bist du oben, Paul? Äh, ja. Stopp. Hier liegt noch ein Rasputin-Kack. Ich bin... Äh, nee, ich hab gar keinen Platz dafür. Wieso kann ich ihn nicht in meinen Rucksack packen? Ey, ey, Marcel, brauchst du einen Baseballschläger? Man kann keine Waffen im Rucksack mit sich tragen. Okay, warte mal. Äh, lass uns mal alle gerade oben treffen. Jascha, komm sofort nach oben. Ja, Papi. Ohne Umschweife. Oh, ich bin grad zu Tereppen gelandet. Tere... Tereppen. Tereppe, Tereppe, Tereppe. Junge, hier liegt Anne Frank. Scheiße. Jascha. Oh, halt's Maul. Ja. Ist nur blöd. Wieso kann ich den Helm nicht ausziehen? Nein. Jetzt. Was soll ich? Du regst dich nachher wieder auf. Meine Stimme. Was hast du denn jetzt für eine Waffe, Jascha? Jetzt komm mal hoch, Jascha. Der ist 95 Double Riffle. Nimmst du jetzt, äh, vielleicht besser die Mosin oder behältst du deine Double Riffle? Was ist denn besser? Für die Mosin haben wir keine Muni. Aber die Mosin hat im Endeffekt, glaub ich, mehr Damage auf weite Entfernung. Weil mit der Double Riffle schießt du maximal 20 Meter oder so. Soweit ich das weiß. Ähm, und mit der Mosin findest du viel mehr Muni. Okay. Also, du hast ja gesehen. Ich hatte, bevor ich grad eben gestorben bin, hatte ich über 60 oder 80 Schuss für die Mosin. Dann schmeiß ich die Muni für die Double Riffle weg? Ja. Ne, warte, dann gib mir die. Was hast du denn? Was hast du denn für eine? Ich hab ja auch hier die SKS. Achso. Ja gut, dann lass, genau. Dann lass uns drei unterschiedliche Waffen nehmen am besten. Ähm, braucht einer eine Plastikflasche oder eine, ähm, eine Bottle? Ne, ich hab jetzt. Ne, ich hab jetzt. Oder der ist badly damaged, Paul. Wer? Der, äh, Cantin. Cantin? Was? Ja. Cantin. Was ist das? Wo Wasser reinkommt. Achso. Ja, dann, dann nimm beides mit, oder? Ja, okay. Ähm. Ich hab ja mega viel Platz noch. Ja? Okay. Ich hab noch, äh, äh, 29 Plätze frei. Ja, okay. Und ich hab nen Defibrillator, ne? Ja. Ähm, pass mal auf. Ähm, ich, ich hab vergessen, was ich sagen wollte, aber wie ist denn der Zustand von euren Waffen? Äh, ich hab nen Dingsbums. Äh, Prestige. Und Jascha? Die Mosin? Äh, Axe, Prestige, Mosin, Christine. Ja, gut. Ja, ich hätte sonst nen Weapon-Cleaning-Kit, aber... Ich hab auch eins. Okay, dann lass uns mal weitergehen. Ich weiß mal eben. Hier unten liegt noch nen Baitboard-Stagger, ne? Ja, dann nehm ich den eben mit. Rechts. Ja. Wie der Schind-Stecker. Gut. Will einer noch aufs Dixi? Dahinten stehen zwei. Ne. Ja. Auf nach Elektro. Wo? Okay, dann lass uns mal... Wo ist denn Dixis? Da. Okay, wohin? Ähm, ja, jetzt im Prinzip gehen wir jetzt da her, wo wir, ähm, als wir Dennis das erste Mal getroffen haben. Den haben wir hier getroffen. kurz bevor der Fremde... Ne, kurz nachdem der Fremde... Wie viel Muni hast du noch für die SKS? Ähm, ich glaub noch 10 Schuss oder 15 oder so. Scheiße. Das ist auch wenig. Wir brauchen unbedingt Grund dafür. Ja, aber ich hab nicht null. Hab ich jetzt nur auf dem Basi. Ach, du hast jetzt die, äh, doch nicht die Double Riffle genommen. Ach so, ich sollte die Double Riffle nehmen. Ja, damit wir alle drei unterschiedlich waren. Ach so, okay. Ja, warte, dann geb ich dir eben... Wer hat der... Hey, was hast du denn jetzt im Moment, Marcel? Ich hab die SKS. Was hast du, Paul? Ich auch die SKS. Ach so. Ähm, warte, dann geb ich dir eben das Bayonett dafür. Ja, sehr gut. Alter, du musst die orange Jacke los. Nein, Junge, die hat vier Plätze. War geil. Nein, irgendwie ne grüne Jacke müssen wir finden. Ja, da war ich ja auch. Da war eben eine... Warte, wir sind doch jetzt... Ah, ne, in nem anderen Ort waren eben... Ja, lass uns schon mal hier nach, äh, in Häusern gucken, okay? Du hast ja auch nur nen kleinen Rucksack. Ja, ja, ich hab auch nur nen kleinen Rucksack. Ich nicht. Toll. Ich weiß nicht, ob das die Straße hier ist oder die nächste. Ich glaub, das ist die da. Ey, ich steh da vorne, ne? Ein Zaun. Was? Oh, das ist... Ne, das ist ne Vogelscheusche. Alter, Alter, ich... Alter, ich... Ich hab mich auch geschritten. Guck mal, da ist wieder das Glas. Hallo und herzlich willkommen zum Straßenputzreiniger 2014. Dem Straßenkehrreiniger Simulator müssen wir erstmal ein Zombie erledigen, was üblich ist für Straßenkehrer. Ist die Dings denn die... Ach, das... Ey, wo ist hier noch ein Zombie? Hier, ich mach den gerade. Ach so. Was ist mit der Winchester? Das ist doch eigentlich ne Winchester, die ich jetzt hab, ne? Ja, kann sein. Ja. Ich hab überhaupt gar keinen Plan von Waffen, ehrlich gesagt. So, okay, gut. Ich kenn maximal die Waffen aus 2D4. Ich kann nur noch 20 Minuten ungefähr. Was, was? Ich wollte eigentlich früher heute ins Bett, aber... Wo haben wir denn? What the heck? Zehn von... Fünf vor zehn, Alter. Alter, und wir zocken seit wir... Alter, ich bin voll durch die Wand gebackt. Wo seid ihr denn? Im Haus. Ja, Jascha, ich... Irgendwo bei dir ist direkt ein Zombie. Ja, ne, ach. Echt? Ach... 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 aus stripern. Ach ihr clipnd. Folgend-R direnen. newly nivelus gespielen. Altach! Nut gehen. Wo. Wer kommt da? Er ist in einem Haus noch können der zum Klinik? Eber Treppen. Äignowot zu�에 Problem. bloggerimpfte. harder. Naja... Da, ich bin auch und haben Haus Reden denz den Zendiumschen. Okay, jetzt habe ich die Zombies rausgelockt. Kommt jetzt zu mir. Weggelockt, die Zombies. Weggelollt. Der kleine Bär im großen blauen roten Haus. Voll der Punk. Das ist mein Spruch, ja. Ich bin gerade in dem gleichen Haus. Ja, ich hab Sardinen. Sardinen gefunden. Sardinen? Braucht jemand einen Helm? Was ist denn für ein? Motorbike Helm. Boah. Also, wenn ein Militärhelm findet, dann wäre das natürlich ziemlich geil. Ja, aber den kriege ich dann. Wenn ich den finde, dann nehme ich auf den. Also, wenn ich den finde, dann kriege ich den auch. Was denn? Was? Helm. Alter. Boah. Erschreckt mich doch einfach. Ey, da ist nichts drin. Da habe ich gerade in dem Haus geguckt. Rennt der hier einfach durch die Tür. Boah, wie das sickt, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, wenn das hier die ganze Zeit am sicken ist. Wo seid ihr? In irgendwelchen Häusern. Wart mich nicht. Ja, seid ihr weiter... Ah, wir sind jetzt da beim großen grünen Haus. Da war ich gerade drin. Da war ich gerade drin. Wo wir, wo wir gesagt haben, das ist wie SK, äh, KSK, SK was? Wie hieß das? Da war ich gerade drin in dem großen grünen. KSK meinst du? S-E-K. S-E-K. Da steht ein Zombie. Ich bin jetzt bei dem Haus, wo du gesagt hast, äh, wer am roten Haus. Keine Ahnung. Ne, du hast gesagt, da hat das rote Haus sich einfach hingestellt. Alter. Alter. Hier ist noch ein Bestblockschläger. Welche... Ey, Alter, bei mir ist gerade einer gestorben, wer ist tot? Hä? Das war ein Zombie. Den hab ich erledigt. Das war ein Zombie, Alter. Das sah aus wie ein Player von uns. Nö, also ich hab den einfach umgehauen. Keine Ahnung, ob das noch... Ich renne hier rum. Ich mein, das war ein Zombie gewesen. So, hier ist eine Spule Käppi vom Militär. Da hat's das rote Haus sich einfach hingestellt. Und hat... Seid ihr da drin? Wir sind reingegangen mit unserer Feuerwehr-Axt. Das ist Lacom-Dehymia. War... Diesmal nehme ich aber die Waschmaschine mit. Okay. Oh, da kommt wieder einer. Defetiv. Warte, ich auch. Defetiv. Junge, 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 Junge. Alter, zwei Fremde. Nein, das seid ihr. Fick dich. Jetzt nimmt die Waschmaschine mit. Was ist denn hier für Zombie-Attacken, Alter? Ist so, ne? Ich hab schon wieder einen. Schießt ihr die ganze Zeit? Achtung, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Was? Das war gerade meine Angst. Ja, aber Marcel hatte ne Schusswaffe in der Hand. Bei Schießen? Nein! Schieß nicht! Bam! Schieß dich. Ja, schieß dich. Ich hab keine Munition. Wohin jetzt? Äh, weiter. Ich muss was essen. Ich nicht. Ach, wir müssen gar nicht da hinten hin, von wo wir gekommen sind. Oh, was war das? Was? Bleib mal eben hier bei mir stehen. Ich ess was. Klar. Ich muss mal eben... Das ist Zeit. Wir wollten eh nicht so schnell sein. Ich öffne mal eben mein ganzes Essen. Was hast du? Hast du einen Dosenöffner? Ja. Hast du einen Dosenöffner? Ja. Einen Dosenöffner? Richtig? Oh, ja! Hast du auch einen Dosenöffner? Ja, warte mal ey. Ja, dann sag das doch. Jascha, dann sag das doch einfach. Ich geb dir mal eben eine Dose. Dann kannst du mir die mal eben aufmachen. Jascha, dann gib uns doch die ganzen Doomfischungen. Dosen, dann geben wir dir dann unsere ganzen anderen Dosen. Ja. Ich werfe eine offene Doomfischdose dahin. Jascha. Ah ne, das war gar nicht meine Dose. Ja, ist egal. Das ist das gleiche. Okay, ich werfe dir mal kurz zwei hin. So. Ich hoffe, die verschwinden jetzt nicht, weil ich hab wieder wunderbare Verbindungen. Und das Spiel leckt. Ach, sind sie nicht da. Ich hab auch einen Ping von nur... ...fünfhörzig. Ach, das geht ja wirklich nicht. Also hier liegt überhaupt nichts. Doch, hier ist gerade eine Dose aufgetaucht. Bei mir. Jetzt ist die zweite aufgetaucht. Ja. Ich hab eine Zange, aber damit kann man die Dinger glaube ich nicht aufmachen. Willst du die wieder haben? Ja, kannst du mir eine wieder geben. Soll ich mal die Zange nehmen und... Ah ne, ich hab eh nicht. Die liegt da. Ja, ja. Ich wollte die eh nicht haben. Okay. Ich hab noch ein Bier da hingelegt. Prost. Grasputin Gag. Da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das gesagt hab. Hast du die Dose hingelegt, die offene? Ja. Liegt noch da. Bei mir liegt hier nur ne Zange. Ja, warte. Ah, ich hab auch wieder rotes Verbindungsgebot. Ich scheiße. So Leute, ich würde jetzt sagen, wir gehen ein bisschen auswärts von Novi Sobo und dann lock ich mich aus. Ja? Ja. Ich bin auch nicht mehr... So, die Dose ist weg. Ja, ja. Ich hab sie genommen. Hey. Oder wolltest du die? Ja, die hatte eigentlich... Ja, okay. Ja, ich hab aber noch... Ja, aber ich hab sie da hingelegt. Gut. Dann nicht. So. Ähm. Dann lass uns mal in Richtung... Ja, eigentlich wollten wir jetzt nach Elektro, weil jetzt der Server gesettet wurde, ne? Wieso rennst du so schnell, Marcel? Ja, weil ich's kann, ne? Ne, der macht einfach mal Doppel-W, der Waffe. Der Waffe in der Hand hat. Nein, der macht Doppel-W und das ist einfach nur total überflüssig. Hier rechts. 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 Ja, das ist links. Hast du mich verarschen? Hä? Ja, von da wo du kommst. Ja. Aus meiner Ansicht nach ist das rechts. Überhol mich gefälligst nicht. Links, zwei, drei, vier. Warte, 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 warte. Oh, ich dachte das... Yeah. Haben wir in nem Auto hier geguckt, ob wir was machen? Hallo? Öffne dich. Geht nix. Jochen will da nach oben. Aukevergoy. Ja.